in gewollt jeder hat so eine seite und dann musst du da kannst du dann bluten dann irgendwann sind gehen die walds ab runter und dann ja dann muss der freilich statt der spieler nicht erst stellen uns vor was kann ich nicht mal nehmen ich werde euch wenn ihr mit sich entschuldigt wenn ihr mittig ist das kann nicht ganz ganz leichter wir können damit gar nicht rückwärts fahren alles im hintergrund schließen das schließen und das schließen Moin Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal heute mit dabei ist der Pascal Löffler Hallo und Paul wir spielen heute eine Runde der walds äh ja wir bringen uns einfach alle gegenseitig um und dann passt das du musst einfach die Kissen looten und dann musst du ähm dann musst du dir deine Kissen zusammensetzen ach du scheiße ich habe das genau das ich habe ich mir gerade auch gedacht oder das ist doch mehr ach du scheiße das ist doch mehr ach du scheiße wann geht denn die Wand auf? nach zwei Minuten ins Zimmer ach man hat mehrere Kisten hier sind total viele Kisten das merke ich gerade auch ich hatte ich hatte so so ich bin halt jetzt schon ausgerüstet ist das Ding warte mal ich kann mal eine Sache probieren was bringt denn schack schack weiß ich doch nicht ich kann die Teile nicht drüber werfen ich kann die Teile nicht da drüber werfen ich kann die Teile nicht da drüber werfen zu viel trinkei trinkei ich bin schon ready ich bin schon mal nicht ne warte ich mach ich nur einfach noch weiter ich auch ich auch keine Ahnung das ist irgendwas ok ich war doch noch nicht ready jetzt bin ich ready ich bin jetzt warte jetzt bin ich auch ready es sei denn ich bekomme irgendwie noch was geil ich bin schon draußen die Wand geht erst in 20 Sekunden runter ich bin schon raus aus meinem Haus gegangen ja ich auch ach so hat der Rocket Moon? was? hat der Rockets? ja hab ich ach jetzt kann man jetzt beginnt der Fight und runterschießen wo kämpft man denn? ok anscheinend hier ich weiß ja nicht wie viel Leben man hat also es kann sein dass wir nach einem ach das ist ja geil die ist ein Geschütz was? ah ist kalt Paul ballert uns gleich beide mit dem oh sorry wir haben gedacht runde runter schießen ach ich hab wieder aufhören ist ne jopi ne ist ne jopi ne ist ne jopi was kann du respawnst du wieder? mhm ne jopi but where are you? ja wie so hat Paul zwei Punkte? guck mal pro kill 2 Punkte ja jetzt hab ich mehr Rockets ich hätte mir die Dings aufbewahren sollen aber was? jetzt hab ich nicht mehr was ich jemanden gelten ne jopi aus also ich nicht mehr mhm denn die mal bist du pascal weiß ich auch nicht aber wird erst 20 kürzer um ja aus meinem haus raus in den ausgang wie viele leben hast du denn ich habe slap fische gehabt so ja jetzt hast du keine slap fische aber dafür kann ich mit neue sachen nehmen jeder hat einen kill wo seid ihr alle ich habe immer wieder aus meinem haus raus ist aber nicht nett Dein Ernst Pascal, du hast einen richtig krassen Fight gehabt und du snipst mich einfach. Nee im Dein Ernst, ich hatte einen richtig krassen Fight und du snipst mich einfach. Was kommt hier denn raus? Was kommt hier denn alles raus? Oh! 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 Ganz dickes Oh! Finden die genau... Ach hier ist der ausgelöst. Wie war der nicht drauf? Der Snipe? Rotz ist das doch! Boah! Wie hat das mit dich gehüttert? Ich war auch nicht nur 25er jetzt mit der... mit der Spaß durch und mit der Kampfschrott. Das war eine Kiste. Oh, wir sind Busch raus. Da war wirklich gut. brauchen solche wörter benutzt man hier auf youtube doch ich darf das bin weil ich bin ein freundlicher kanal warum hab ich warum kann man 23 rockets ich glaube du hast es irgendwie nicht so ganz geschafft oh ja oh kannst du nicht oh oh wie viel leben hast du denn wenig ach ja mann ja es macht so spaß die wöchern war verdammt knapp Ja, danke, Paul. Also, ganz toll gemacht, Paul. Haben wir nicht gesagt, ohne runterschießen? Ich hab doch beide runtergeschossen. Du hast uns beide runtergeschossen. Er kann jeder nicht wissen, wenn mir der Rocket dann draufschießt und die alle runterfallen. Juli ist ne Kiste. Hey, wo ist Paul überhaupt? Weiß ich auch nicht. Rann. Ich hab doch noch einen Slot frei. Ich hab doch noch einen Slot frei. Ach man, warum denn? Ja. Wo ist Paul denn hin? Ach du Kacke. Ich hab den Kild dafür nicht bekommen. Scheiße. Sorry, nur Mann, ne? Mann. Da 34 Rockets. 29. Wo seid ihr denn alle? Die Rocket hätte ich halt noch niemals getroffen, hättest du nichts gebaut. Ich hab keine Metz mehr. Ich hab keine Metz mehr. Was soll ich hier machen? Ich stehe hier auf der Treppe. Ich hab keine Metz mehr. Was soll ich hier machen? Ich stehe hier auf der Treppe. Wo bist du? Ach da. Ja, ich hab Metz. Danke. Bitte. Hab ich doch gerne gemacht. Warum verliere ich immer Munition? Dann hab ich 40 Rockets. Weil du, weil du Full Money bist. Deswegen. Ja, komm. Spack dich halt überall durch. Mann, meine Dreckstreppen sind gedreht. Ey, Paul, wer ist denn? Okay, du triffst eh nicht. Dein Ernst, Pascal? Junge. Ich komm mich gleich einfach auch jedes Mal mit dem Rocket selbst hoch. Ja, wo ist denn Paul jetzt hin? Wie viele Kills habt ihr so? Acht. Fünf. Pascal hat drei. Okay. Paul, verkehrt sich da irgendwo dann so, je nach Pascal. Bin da hier oben! Wo denn? Nein. Der sieht schon, dass er die Sniper draußen hat. Bäh. Der hat drauf alles. Ach, nein! Ich hab's doch da unten! Ich hab's überlebt! Nein! Ich hab's doch nicht überlebt! Ich hab's doch nicht überlebt! Fische! So, hast du nicht ganz selber getötet? Hast du eben auch gemacht? Ja, aber nicht mit Absicht! Ja, 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 ja! Das sagen soll und dann sind sie schwanger! Nö! Alles gut! Gut! Ich hätte ganz gern nochmal... Luft... Äh, nichts! Oh, ist klar! Ja, ja! Das Video wird auch langsam mal ein bisschen lang. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ähm... Wir spüren das jetzt hier noch zu Ende und... Ciao!